Ich habe beinahe einen niedlichen kleinen Unfall. Gott sei Dank. Wie bitte? Oh, Tadda. So habe ich es nicht gemeint. Du kannst es dir leisten, eine Million Dollar zu verschenken. Ich gebe hiermit allen zur Kenntnis, dass ich Dennis Zählbig Live Senderbie im Allgemeinen genannt Dennis Zählbig von jetzt ab Selbig Live heißen werde. Er änderte seine Nase. Sir, es war schwer, sich vorzustellen, dass dieser liebenswürdige Mann des dreifachen Mordes angeklagt war. Ja, es war geradezu unmöglich, sich vorzustellen, dass Zählbig täglich mit seinen Opfern zusammen war, mit ihnen plauderte, offensichtlich ganz außergewöhnlich gute Freundschaft mit ihnen hielt und sich niemals selbst verriet. Ich werde die Prämie für eine kurzfristige Police bezahlen. Sagen wir, für die Dauer von fünf Jahren. Sie ist zwar keine große Sicherheit, aber wenn Sie in diesen fünf Jahren sterben, würde ich 20.000 Pfund bekommen. Zum Wohl! Ah! Na, schmeckt der auch komisch. Nein, Sir, ich muss es mir ja wohl bloß eingebildet haben. Vielen Dank.